Altenholz Stift, 5.01.2022, Mittwoch 19 Uhr, wurde sich am Ostpreustenplatz am Dorfteich getroffen in Altenholz Stift. Und hier geht der Lichterumzug, der Lichterspaziergang, gerade durch die kleinsten Gassen. 32 Leute wurden gezählt und es leuchtet hell. Ein Kind mit einer Laterne ist dabei. Mittwoch, 5.01.2022, Altenholz Stift, Dorfteich Ostpreußenplatz, an der Bushaltestelle wurde sich getroffen. Nächsten Mittwoch wollen auch wieder viele der heute hier spazierenden Gehenden hier sein.